So Leute, willkommen zum nächsten Part von Meistwäscherhand. Ja, wir sind hier stehen geblieben und jetzt machen wir diesen Haus hier. Ein Geisterhaus anscheinend. Egal. Ich sehe einen Pilz. Ich will jetzt unbedingt meinen Pilz behalten. Ja, klar. Ihr könnt überall einen Siegwitz haben. Bleib hier erstmal. Nein. Irgendwo muss hier ein Siegwitz sein. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Ich komme nicht mit. Hä? Hier ist doch nichts. Dieses Geisterhaus verstehe ich gar nicht. Das verstehe ich echt nicht. Das verstehe ich auch. Was soll den Hörungen was sein, Mann? Hier ist nirgendwo was, kann ich, ah, man kann doch hier rein, so ging das dann nicht. Ich will nicht das, jawohl, ja klar, kommt gleich alle, ich glaub hier irgendwo, hat da irgendwas mit Secret Exit zu tun. Natürlich, Mann! Irgendwo muss ein P-Switch, glaub ich, versteckt sein oder so, oder ich lieg falsch. Das Geiste geht mir auf den Sack. Natürlich, Mann! Komm her! Komm her, der Wichser! Da, wenigstens kann ich auf der Pinspin-Spinjob machen, Alter! Sonst würd ich noch wütender werden. so ich glaube hier ist ein p-switch an jetzt gar nichts hier ist nichts oder was ich verstehe ich wo jeder ps oder schlüssel hier ist schon wieder versehen nicht ganz anders ja da kommen wir nicht hin so 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 wie soll man hier weiter kommen ich glaube es nicht wieso was hat der raum für einen sinn ja es bringt gar nichts ich komme nicht mehr mit ist gar nichts gar nichts kapiere ich überhaupt nicht grad brauche ich dafür eigentlich ein ding ich muss glaube ich sterben ich weiß grad überhaupt nicht wie ich das schaffen soll vielleicht mit einem flugblatt oder irgendwas ich glaube eher mit dem flug ding aber aber wir kommen mit einer feder wieder also wir gehen nicht mal was mal rein das hat zum glück kein aber hier ist irgendwas vielleicht ein pilz jawohl zum geisterhaus geh mal mit mir einen feder haben so machen wir das hier so das ist eigentlich unnötig finde ich komm auch so egal ohne das habe ich jetzt nicht gewusst so hier ist ja irgendwas das ich glaube der blaue switch ist in dem das war jetzt dumm was ich gerade gemacht habe war echt dumm ok das war dumm hä bin ich gerade stehen geblieben irgendwo ich glaube hier war es ja kann man hier durch nein noch nicht jetzt schon ach so komm ich da auch ach so gute idee jetzt wird es irgendwie jetzt wird es irgendwie komm ich an den ach so 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 wofür brauche ich das ah wie cool das ist aber ein Kult gemacht finde ich wer es cool findet soll es echt in den kommentaren schreiben wie komme ich jetzt hier hoch und so 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 Irgendwas habe ich vergessen Da bin ich mir 100% sicher Ach, lebe ich mich damit Und dieser kleine Wichser Jawohl Ich hasse diesen Gegner Jawohl Ach, ich tue mich jetzt so dumm an Okay, das war jetzt dumm Warte, mein Arm Ah, mein Hand So Angespannt Oberarm angespannt Ich kann aber auf die nicht treten Das heißt, ich muss mit den Eiern die abwerfen Ach, ich kann glaube ich Ach Ich tue mich sehr dumm Tut mir leid, Leute Ich hasse diesen Gegner Darum Ich kann den nicht leiden Denn hab ich so Überall gesehen Diesen Gegner So nerviger Gegner Jawohl Weiter geht's Hat auch nur ein Exit Find ich gut Ich brauch jetzt nur echt ne Feder Ich weiß nicht, wo ich ne Feder bekomme Achso Das Level Find ich mal richtig schön Das ist wieder mal was scheiße Das Das mal wieder so was Was scheiße gemacht ist Tut mir leid, aber es ist so Es ist so einfach Ich wette mit euch Im Geisterhaus Ist dieser Blaue Switch Ich will den Egal Irgendwo muss ne Feder sein Ich brauch ne Feder Ja unbedingt Wieso kommen hier nur Pilze raus Ja, hab ich so weit einen Ich brauch keinen zweiten Pilz Ja wohl Ja klar Das weiss ich auch gleich So So IchAlright Ich puppiere K biology Ich weiß nicht 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 die macht man auch noch ach das habe ich geliebt bei ihr scheinen zwei glaube ich das war geil die musik feier ich auch los hatte noch einmal trifft mich nicht mal dieser wixer hatte kaum jawohl der weiß scheiße komme ich hier noch raus ohne leben zu verlieren glaube ich nicht doch das war jetzt jawohl noch geschafft hier wird aber echt viel mit springboards gearbeitet jawohl alter was mache ich denn für eine kacke genau kommen hier keine anderen sachen wie zum beispiel eine fehler oder so ich will mal wissen was hier drin ist hier ist gar nichts ich muss sagen wir aufmachen das war ich habe wieder was slow als geland hatte kaum was will denn der hier komm jawohl nein du bist behindert genau nein seid ihr so dumm um zu zielen seid ihr echt behindert um zu zielen hat die kommt schon macht doch endlich ihr verlängert mein part ihr wichser ja mach genau was war so schwierig doch geht doch hier war auch keine exe das weiß ich Kein Seku-Tags. Hier wird echt zu viel mit ins... Mach doch! Ist du behindert? Ach, dann mach wenigstens das dritt weg. Na klar! Mach jetzt! Kann ich auch so durch? Und nochmal! So! So was nerviges! Hier muss ich durch! Oh Gott, das war dumm! Tut mir leid, Leute! So krass! So geil! Dass man so gut arbeiten muss mit den Sachen! Das finde ich cool! So! So! Aber ich hasse diese Magie jetzt! Nach einer Zeit hasse ich sie echt! Nerven! So! 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 ich will unbedingt groß werden weil ich hier ja die war hier so könnte ich schweben das ist scheiße das ist totaler abfuck man das ist einfach nur krank was sie hier machen das ist nicht mehr normal leid leute ich war kurz nicht da natürlich das sei jetzt dumm dass ich gesprungen so geht doch jetzt bin ich endlich mal weitergekommen es ist echt schon nicht mehr nicht mehr leicht ich will nicht nur pilze ganz sein pilz pilz oh no Hä? Wie triff ich den denn? Nein! Unfair! Jawohl, ein Treffer! Fuck! Wieso kämpfe ich jetzt schon gegen Kamek? Ich glaub, dieser Heck ist nicht so lang. Aber dafür hören werde ich auch... ...verschannend natürlich zwei auch let's playen. Aber es war... ...der eins war... ...seinen Scheiß. Jawohl! Ich glaub, irgendwo kriegt... ...bei der ersten... ...Weltkram... ...kriegt der Mann ein. Irgendwo... ...bei der ersten Welt, glaub ich sogar. Mal schauen, ob wir hier eins bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein Tier bekommen. Eine Feder. Wieso kriegen wir nur... immer nur Pilze. Ich hasse Pilze. Das ist kacke. Oder bekommen wir hier noch eine Blume? Ich kann mich eigentlich gar nicht an eine Feder erinnern. Ich kann mich gar nicht an eine Feder erinnern. Die brauchen wir nicht. ...wieso ist das denn? Ich kann mich gar nicht an der Stelle... ...wieso ist das denn? Ich bin noch nicht an der Stelle... ...wieso. ich weiß nicht wohl hier irgendwo eine feder sein soll weiß ich nicht keine ahnung vielleicht eine special welt egal ich sag da mal tschüss bis im nächsten part nächsten part machen wir mit feder des secret exit also tschüss wenn es euch gefallen hat daumen hoch und ciao